Schau dir dieses Video an, du wirst garantiert erfolgreiche Verhandlungen. Ich habe nämlich Jack Nasher interviewt, den Verhandlungsexperten. Wir sprechen über alle möglichen Verhandlungstipps und Tricks. Was sollte ich zum Beispiel unbedingt tun, vor der Verhandlung, um möglichst erfolgreich zu sein? Wer sollte eigentlich den ersten Preis nennen und wie sollte der ausfallen? Wie kriege ich das hin, sehr, sehr höflich, aber bestimmt meine Punkte durchzusetzen? Darüber und vieles mehr sprechen wir in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe ein bisschen geblättert in dem Buch, hauptsächlich in dem Buch Deal von dir. Das ist schon ein paar Jahre älter. Ich habe es auch vor ein paar Jahren gelesen. Ich habe beim Blättern gemerkt, wie viele Dinge ich behalten hatte vom damals Lesen. Da habe ich mir jetzt ein paar Sachen rausgenommen. Wir können ja mal probieren, das jetzt zu beziehen auf den Immobilienankauf, die Verhandlung mit der Bank, vielleicht mit dem Handwerker, vielleicht auch mit dem Mieter. Ein Thema da drin ist Macht erhöhen oder erstmal die Machtverhältnisse klarstellen. Was ist das und wie mache ich das zum Beispiel mit dem Immobilienankauf? Naja, also erstmal muss dir klar sein, wenn du mit dem Banker sprichst, bist du kein Bittsteller. Denn die Bank verdient Geld mit Leuten wie dir. Und das muss dir erstmal klar sein. Du bist kein Wettler, sondern du bietest denen einen Deal an. Und der Banker, mit dem du sprichst, ist ja in der Regel auch ein Vertriebler. Dein Berater, der will das ja auch. Es gibt ja die Marktfolge, die ist ja das Problem. Mit der er dann verhandeln muss und dafür musst du ihm halt die Argumente liefern. Aber das muss dir erstmal klar sein, weil viele, die anfangen zu investieren, denken, ich muss da jetzt betteln, auf Battletour gehen. Das ist nicht so. Sondern du bietest denen einen attraktiven Deal an. Und dir muss auch klar sein, ein Immobilien, also gerade ein Bestandsobjekt, ist eigentlich für die Bank so ziemlich das Sicherste, was es gibt. Denn, ich meine, schau dich um, irgendwelche Shisha-Läden werden auch finanziert von der Bank. Irgendwelche, also die kuriosesten Business-Ideen werden von Banken finanziert. Und das ist echt verdammt riskant. Da denkst du dir, also das hätte ich jetzt nie finanziert, weil das wäre mir einfach wieder so riskant. Aber wenn du ein schönes Bestandsobjekt hast oder ein passables, was halt vermietet ist, was soll passieren? Den Boden hast du ja immer. Wenn er nicht gerade mit Altlasten verseucht ist, aber das checkst du ja vorher hoffentlich. Und das ist eben das Schöne daran, dass dir erstmal klar sein muss, und das meine ich, wenn ich sage, erstmal die Macht, erstmal ist die Macht bei dir. Das muss dir wirklich klar sein, wie viel Macht du eigentlich hast als Kunde. Und du hast auch eine große Macht, weil es gibt halt nicht nur eine Bank auf der Welt. Es gibt vielleicht eine Sparkasse, aber es gibt halt auch eine Volksbank. Und es gibt auch, gerade bei Volksbanken, die sind ja nicht so mit dem Regionalitätsprinzip, wie die Sparkassen so streng, da gibt es unheimlich viele. Und der Schlüssel ist, dass du ein wirklich gutes, deine Daten wirklich gut aufbereitest, professionell aufbereitest und mit kleinen PDFs übrigens, das empfehle ich auch. Weil wenn du irgendein PDF hast mit der Bauakte, die 86 MB ist, kannst du vergessen, geh auf einer Seite wie I Love PDF empfehle ich dir, da kannst du dir nämlich compressen. Weil das Problem ist, dass ja viele Banken können Dropbox nicht öffnen zum Beispiel. Die dürfen nicht in irgendwelche Clouds, also ich sage, die sind jetzt schon sehr praktikabel. Ja, aber darum geht es am Ende. Genau, darum geht es. Also der Schlüssel ist, dass du sehr, sehr viele, ich meine, wenn du einmal deine Daten wirklich gut aufbereitet hast, wenn du einmal einen wirklich guten Datenraum hast mit ein Folder 1 Grundbuch, Folder 2 Bauakte, Folder 3 Bilder, Folder 4 Mietverträge. Ja, wenn du das hast und einmal aufbereitet hast, kannst du 30 Banken ansprechen. Ja, und das ist, nichts steigert deine Macht mehr, als viele Banken anzusprechen. Und die Banken spielen dann beleidigt, wenn sie erfahren, dass du auch mit anderen sprichst. Aber das ist auch, das ist lächerlich, weil die Bank spricht ja auch mit 1000 Kunden. Die Bank hat überhaupt kein Problem, dir abzusagen, nachdem du drei Monate mit denen gesprochen hast, nachdem sie gesagt haben, es sieht toll aus, es sieht super aus. Wie oft sagen Banken dann ab, was ich erlebt habe bei meinen Klienten, wir beraten eben solche Transaktionen oder bei mir selbst, die Banken haben kein Problem. Also insofern, habe kein schlechtes Gewissen zu sagen, natürlich kannst du dem Banker sagen, ich würde unheimlich gerne mit ihnen arbeiten, aber so wie sie sich auch andere Kunden anschauen, schaue ich mir natürlich auch andere Banken an. Also würdest du das, weil darauf wollte ich hinaus, wie macht man das in der Praxis kommunikativ, also ich gehe jetzt, vielleicht bin ich auch gerade jemand, der eben seinen ersten Immobiliendeal macht, dann ist es natürlich noch ein bisschen schwerer, dann strahle ich das auch noch nicht so aus unbedingt, dass ich im Zweifelsfall auch schon eine andere Bank habe oder so, würdest du dann wirklich, also du fragst dann die Immobilie an, schickst die Unterlagen rüber, du würdest dann gleich irgendwie im Gespräch fallen lassen, ich mache es auch noch mit anderen. Ne, ne, das muss ich gar nicht unbedingt, ich sage nur, falls das Gespräch darauf kommt, also ich würde es gar nicht als Droh, weil nochmal, du sprichst ja mit dem Bankberater, der Bankberater will ja erst einmal grundsätzlich den Deal, der muss halt zur Marktfolge, es gibt ja das Vier-Augen-Prinzip, was früher nicht so war übrigens, wenn du da in der Kneipe saßt mit einem Volksbanker, der hat gesagt, machen wir, machen wir. Aber die Zeiten sind vorbei, weil es eben die Marktfolge gibt, aber du musst eben deinem Berater sozusagen alles an die Hand geben, damit er eben die Marktfolge überzeugt. Ja, und da gibt es eben viele Sachen, die ich noch empfehlen kann, verhandlungstechnisch natürlich. Wo wir gleich noch wahrscheinlich dann zu kommen, der, also ich möchte nur nochmal unterstreichen, was du auch gerade gesagt hast, gerade in Bezug auf die Banken, das wird ja in der aktuellen Marktphase noch viel wesentlicher, also wenn ich sage, ich kriege vielleicht die ein oder andere Immobilie jetzt besser angeboten, habe es aber dafür mit der Bank schwerer, ist es umso wichtiger, dass ich wirklich in der Lage bin, viele verschiedene Banken anzusprechen, und echte Alternativen zu haben. Da ist mir ein Wort, das habe ich eben aus Deal gelesen, die Buttner. Wir haben uns dann auf dem Workshop letztens wieder gesehen, da kam die Buttner auch. Ich bin großer Buttner-Fan. Ich habe das seitdem im Kopf und ich spüre von mir selbst, wenn ich ohne Buttner eine Verhandlung gehe, habe ich ein Problem. Was ist die Buttner? Buttner ist einfach nur ein Wort von der Harvard Law School aus den 80er Jahren. Das hat sich komischerweise etabliert. Das klingt halt ganz gut. Buttner steht für Best Alternative to Negotiated Agreement. Also die Alternative zu dem Deal. Mit anderen Worten, was ist dein Plan B? Wenn wir jetzt also verhandeln und die Frage ist, was würde ich machen, wenn ich jetzt aufstehen würde und gehen würde und unser Deal jetzt nicht zustande käme. Und je stärker natürlich mein Plan B ist, desto unverschämter oder frecher oder ehrgeiziger kann ich jetzt in unserer Verhandlung natürlich sein. Aber ich muss genau wissen, was mein Plan B ist, weil dieser Plan B zwingt mich natürlich, Nein zu sagen zu einem Angebot, etwas schlechter ist als mein Plan B. Aber es zwingt mich auch, dieser Plan B zwingt mich auch dazu, Ja zu sagen, wenn dein Deal jetzt besser ist als mein Plan B. Und es ist oft so, dass wir eben bei Dealberatungen, also wir machen ja Seminare, wo wir beibringen, wie man diese Buttner ausrechnet, aber eben auch Dealberatungen. Wir merken bei wirklich auch großen Unternehmen, die machen das, haben das nicht gemacht. Also wenn du das nicht hast, wenn du nicht genau weißt, wann du aufstehst und gehst, dann ist ein Bauchgefühl. Und dann denke ich mir vielleicht, keine Ahnung, der sitzt da jetzt so komisch, verschränkt die Arme, habe keinen Bock drauf, habe ein schlechtes Gefühl. Und es ist dumm, wenn das jetzt ein besserer Deal wäre als deine Buttner. Und diese Fehler werden natürlich gerade dann gemacht, wenn es emotional ist. Also wenn du dich in ein Haus verliebt hast, dann hast du natürlich keinen richtigen Partner, das ist ja keinen richtigen Plan B. Und deswegen darfst du dich nie in ein Haus verlieben, sondern in zwei oder in drei. Umso besser. Und das ist so wichtig eben. Deswegen ist die Buttner des A und O das allererste, was du vorbereiten musst, bevor du in die Verhandlungen gehst. Und je stärker der Plan B, desto besser. Und deswegen wirklich viel Zeit damit verbringen, dir Buttners aufzubauen. Und keine Angst davor zu haben, dass die Bank beleidigt ist. Weil die Bank hat kein Problem damit, dir abzusagen. Und wenn du dich nur auf eine Bank setzt, und es dauert ja, es dauert, im Moment dauert es unheimlich lang, dann hast du verloren, weil das Objekt wird weg sein, wenn es gut ist. Das passt auch wunderbar zu Handwerkern gerade. Handwerkermangel überall. Das ist richtig, richtig Arbeit, sich Buttners aufzubauen. Aber wenn ich mit einem Handwerker spreche, er ist meine einzige Option. Ich bin ausgeliefert in der Verhandlung. Ja, aber was ich so merke, unsere Kunden, auch GUs, Generalunternehmer, viele haben jetzt Pleite gemacht. Viele bauen nichts. Es gibt einen Baustopp, weil die zahlen lieber Vertragsstrafen gerade, weil es immer noch besser für sie ist. Und deswegen sind wieder viele Handwerker auf dem Markt gespielt. Also es ist nicht mehr unbedingt so. Dann gibt es auch Ukrainer in Deutschland, ziemlich viele, die sehr geschickt und fleißig sind. Und wenn die eine Arbeitsgenehmigung haben, kann man die eben auch noch anfragen. Also es gibt schon viele Optionen. Die EU ist sehr groß. Also insofern, es gibt in der Regel Optionen. Das Problem ist eher das Material, dass man das Material bekommt. Und gerade Holz ist sehr teuer. Und es ist manchmal verrückt. Wir möblieren zum Beispiel auch Wohnungen. Ja, und dann kommt einfach die Küche. Dann hast du eine Lieferzeit von vier Monaten. Ich meine, in China wird ein Haus gebaut mit 95 Parteien in vier Monaten. In Deutschland eine blöde Küche. Und dann ist sie noch nicht mal da. Und dann dauert es doch noch ein oder zwei Monate länger. Also es ist schon verrückt. Ja, umso mehr. Da muss die Zeit und die Energie reinfließen. Weil das ist am Ende auch da der Verhandlungserfolg, dass ich wirklich die Zeit investiert habe, irgendwie Alternativen ranzubringen, wenn es irgendwie möglich ist. Genau. Beziehung und Information. Ich finde das ein immer auch sehr anstrengendes und schwieriges Feld. Also ich kenne das noch von mir früher aus den Konzernjobs. Wenn dann Verhandlungsteams aufeinander getroffen waren, da gab es richtig eine Strategie. Also ich war im Vertrieb. Da gab es richtig eine Strategie. Wer covert wen in der Relation auf der Gegenseite? Ja, wer kennt wen, wie gut, genau. Wer war mit wem schon essen und ist befreundet vielleicht gar vom Kunden oder irgendwie. Und da hat man das, also da gab es richtige Strategie-Paper darüber, wie man die Relation erstmal aufbaut. Ja, und dann, also man hat ein Jahr lang verhandelt irgendwie an irgendwelchen großen Ausschreibungen. Und jetzt habe ich diese, sagen wir mal, ich bin im Immobilienankauf. Ganz normal, ich kaufe vielleicht ein kleines Mehrfamilienhaus oder eine Wohnung oder so. Dann habe ich ja erstmal da eigentlich nur den Makler. Der Makler hat vielleicht auch gar nicht so Lust, jetzt stundenlang mit mir zu telefonieren. Und eigentlich hätte ich gerne eine Relation zum Verkäufer. Und ich hätte vor allem gerne eine ganze Menge mehr Information. Weil, also erstmal Frage, die hätte ich gerne, oder? Ja klar. Und vor allem der Makler versucht ja erstmal, dass du niemals den Kunden triffst. Weil ich meine, der Makler hat immer Angst, dass keiner mehr Bock hat auf ihn, wenn man sich einmal gegenüber... Und so ist es ja, muss man fairerweise auch sagen. Sobald Käufer und Verkäufer sich gegenüberstehen, steht der Makler da ein bisschen drumherum. Ja, versucht man noch zur Protokollierung natürlich zu kommen, dass auch die Maklerklausel drin ist. Aber eigentlich geht er dann jedem nur noch auf die Nerven, weil er seine Arbeit eigentlich erledigt hat. Aber diese Herangehensweise halte ich für falsch, weil der Makler kann tatsächlich... Also du solltest den Makler tatsächlich verwenden, um für dich zu verhandeln. Als, es gibt ja dieses, beim Verhandeln, man nennt das Principal Agent. Ja, das gibt also einmal den Principal, das bin also ich, meine eigene Sache, ich verhandle. Da gibt es einen Agent, einen Agenten, der für mich verhandelt. Und es gibt viele Vorteile, wenn ich sozusagen so einen Agent laufen habe, der für mich verhandelt. Und ich kann den Makler... Gut, in Deutschland ist es ein bisschen problematisch, weil er für beide Seiten ja tätig ist. Das ist ja eigentlich ein Konflikt. Das ist ja eine komische Sache. Der Makler redet mit dir und tut so, als ob er dein Freund wäre. Dann redet er mit dem Verkäufer und sagt, der Käufer spinnt. Und dir sagt er, der Verkäufer spinnt. Aber ist es egal, verwende ihn sozusagen, dann ist ja auch seine Quotage voll und ganz wert, um für dich zu verhandeln und alles rauszuholen, was geht. Erstmal. Und der Vorteil ist, dass du das machen kannst und dann kommst du selber nochmal ins Spiel und kannst sozusagen eine zweite Verhandlungsrunde zu deinen Gunsten eröffnen. Das heißt, das, was er verhandelt hat, also vergiss den Exposé-Preis, sondern du beziehst dich dann nur noch auf das, was der Makler dir gesagt hat. Und das ist ein großer Vorteil. Aber ich empfehle immer, erstmal den Makler kennenzulernen, tatsächlich mal mit dem zu sprechen und den Verkäufer natürlich zu treffen, persönlich zu treffen und dem Makler zu sagen, okay, wir treffen uns zu dritt. Das ist wirklich wichtig, dass der sich nicht übergangen fühlt. Weil ich habe schon auch Deals scheitern sehen, weil der Makler sich übergangen gefühlt hat. Weil jetzt der Käufer hat zum Beispiel mal den Verkäufer angerufen einfach. Er hat halt im Grundbuch gesehen, er hat den gegoogelt, hat den halt angerufen und da war der Deal tatsächlich tot, weil der Makler es torpediert hat. Sowas kann halt passieren, da muss man schon sehr, sehr sensibel sein. Und dem Makler immer wieder sagen, hier, ich zahle gerne volle Quotage, kein Problem, sie haben das Haus ja besorgt. Du willst ja auch guter Kunde beim Makler sein. Und das sollte man auch, ich meine, es gibt immer Ausnahmen, also manche Makler, da hat man wirklich keine Lust, die Quotage zu zahlen, weil da so viel schief läuft und ist alles falsch und so weiter. Oder ich habe auch schon erlebt, dass auf einmal man nichts mehr gehört hat vom Makler, obwohl man eigentlich ein gutes Angebot abgegeben und dann vom Verkäufer gehört, der Makler will es jetzt selbst kaufen. Also es gibt schon wirklich verrückte Sachen, die passieren. Aber ich empfehle unbedingt, tatsächlich sich live zu treffen und zu sprechen und auch wirklich Fragen zu stellen und Fragen zu stellen, die vielleicht nicht so klar sind. Nämlich zum Beispiel, was wäre Ihnen wichtig am Deal? Ich habe einen Deal mal selbst gehabt, das ist wirklich verblüffend. Da habe ich ein Mehrfamilienhaus gekauft und ich hatte noch nicht mal das höchste Gebot. Warum habe ich das Haus bekommen? Wirklich schönes Haus, Mehrfamilienhaus, weil ich meine übliche Frage stelle, was Ihnen wichtig an dem Deal? Und dann haben die gesagt, die Verkäufer, ja, also wir haben da unser Auto, da ist eine Doppelgarage und da steht unser Oldtimer und das wäre toll, wenn wir da noch weiter parken dürften. Ich sage, okay, ja, also wen interessiert das, ja, bei so einem Deal? Und da habe ich natürlich gesagt, sie können sehr gerne ein Jahr kostenfrei parken in dieser Garage. Und ich habe einen Zuschlag bekommen, wegen dieser Lächerlichkeit, was wirklich ein Witz ist, weil man muss ja erst mal einen Mieter finden für die Garage, also die hätte eh nur leer gestanden, ein paar Monate. Wegen sowas Absurdem kann ein Deal klappen oder auch platzen, wenn man das eben vergisst. Und nur, weil ich immer die Frage stelle, was ist Ihnen wichtig am Deal? Und dann hörst du oft Sachen wie, okay, für mich ist das Allerwichtigste, dass der Herr Müller im dritten Stock, dass die da auch niemals die Miete erhöhen, der ist so nett, seine Frau ist gestorben und was weiß ich. Aha. Und dann sagst du, okay, ja, kein Problem. Das können wir machen, verlassen Sie sich auf mich oder ich schreibe Ihnen das auch auf, das ist kein Ding. Solche Kleinigkeiten sind oft wirklich das Entscheidende für ein Deal. Und ich habe das selbst so häufig erlebt bei meinen eigenen Deals, bei Deals für andere. Und manche sagen natürlich auch für mich, was für mich wichtig ist, einfach nur Geld. Gibt es auch. Ist aber relativ selten. Meistens ist noch irgendwas, was den Menschen komischerweise wichtig ist. Also eine Killerfrage. Kann ich wirklich bestätigen aus eigener Erfahrung? Ich frage das auch mal gerne den Mieter, wenn wir eine Wohnung gekauft haben oder schon bei der Besichtung den Mieter. Was ist Ihnen wichtig? Da rede ich nicht über den Mietpreis in aller Regel, sondern da gibt es Kleinigkeiten, die ihm wichtig sind. Und wenn ich mich darum kümmere, dann ist für ihn auch selbstverständlich, dass die Miete über die Zeit hochgeht. Dann ist das am Ende eine Win-Win, die entsteht. Den Punkt hatte ich auch noch hier auf der Liste. Es ist dieser eigene Fokus, den man immer aufs Thema Preis hat, der ist eigentlich erst mal nicht gut. Ich muss eigentlich mehr Informationen rechts und links sammeln. Richtig, ja. Und man wird wirklich häufig überrascht. Klar ist Preis wichtig. Wäre albern zu sagen, dass Preis unwichtig ist. Aber wie häufig für Menschen andere Faktoren zählen, gerade wenn es Häuser aus Familienbesitz sind, aus altem. Bei Profis ist jetzt was anderes. Die sagen halt, aber da erfährt man auch oft interessante Sachen, wie zum Beispiel, für die ist wichtig, Transaktionen so schnell wie möglich sofort protokollieren. Die brauchen EK, weil die irgendwas anderes kaufen wollen. Okay, dann geht es halt um Tempo. Auch gut. Würde ich jetzt gerade nicht empfehlen, weil die Banken extrem langsam sind. Also vorher habe ich auch immer empfohlen, setz dich rein, protokolliere, du wirst die Finanzierung schon finden, wenn es ein gutes Objekt ist. Im Moment würde ich das nicht empfehlen, weil du brauchst auch großen EK-Einsatz. Teilweise finanzieren Banken nur noch 80%. Dann kommen noch die Nebenkosten dazu. Also das ist schon erhebliche. Aber ja, das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis, gerade bei Profis, die oft sehr, sehr schnell einfach das Geld brauchen. Wobei wir jetzt auch schon Verträge durchgesetzt haben, protokollieren und gesagt haben, okay, kein Problem, wir protokollieren nächste Woche oder in zwei Tagen. Kleine Klausel dann rein, dass, falls man es nicht finanziert bekommt, man zurücktreten kann und man aber die Notarkosten zahlt. Und das ist etwas, was sich Verkäufer nie eingelassen hätten früher, aber die Zeiten haben sich einfach geändert. Und Profis wissen das auch. Und die sagen, okay, ich kriege immer eine Finanzierung, aber es ist nur für den Fall, dass ich keine bekomme. Da muss ich aber nachweisen, mindestens fünf Absagen von Banken zeigen, was aber kein Problem ist, weil ich kann ja auch, keine Ahnung, die Sparkasse in Thüringen anfragen und die sagt, Regionalitätsprinzip kann nicht, da habe ich ja eine Absage. Aber das reinzubringen in den Kaufvertrag ist mittlerweile wirklich nicht mehr unmöglich, weil der Markt wandelt sich eben von einem Verkäufer wieder zu einem Käufermarkt und wird sich da irgendwo einpendeln. Vorher aber ein Hinweis. Wer dich jetzt mal live sehen möchte, und das ist ein wirkliches Erlebnis, kann ich sagen, wie gesagt, wir hatten auch schon ein Seminar von dir, wo ich drin saß, was ich absolut großartig fand, der kann das tun. Ich freue mich sehr, dass du da bist bei unserem Festival. Das Immocation Festival findet am 22.10. in der Nähe von München statt und es gibt noch vergünstigte Tickets aktuell. Ganz wenige noch, also die höchste Ticket-Kategorie ist, glaube ich, jetzt ausverkauft oder fast ausverkauft. Immocation.de slash Festival. Wir freuen uns riesig. Wir haben es zweimal verschieben müssen, also zwei Jahre in Folge. Wegen Pandemie mussten wir es verschieben. Jetzt wird es stattfinden. Wir freuen uns sehr. Wer dich live sehen will, Jack Nasher live, Immocation.de slash Festival. Unvergesslich. Ja, genau. Das würde es sein. Jetzt ein paar Tricks. Auch aus deinem Buch, die ich auch, das sagt auch, glaube ich, jeder, teilweise mit unseren Co-Investoren sagen wir schon, wenn wir irgendwo einem Dealer so, jetzt lass mal schnell ankern. Was ist ankern? Na ja, ankern ist eben die erste Zahl in den Raum zu werfen und die erste Zahl ist sehr, sehr wichtig, weil alles ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn du jetzt, wenn du willst irgendwas kaufen und dann siehst du das Preisschild, 79,99 Euro und du hattest keine Ahnung, was jetzt dieser Pulli oder dieses T-Shirt kosten sollte, aber das jetzt erstmal in deinem Kopf, das Ding kostet 80 Euro und wenn du jetzt siehst, reduziert um 20 Prozent, sagst du, ah, das heißt also nicht 80 Euro, sondern eben minus 16 Euro im Preis runter, ist doch super. Ja, dann ist es doch eigentlich ein guter Deal, weil jetzt muss ich halt eben nur noch 66 Euro dafür oder 64 Euro dafür zahlen. Vorher hättest du aber, hätte jemand gesagt, das Ding kostet 50 Euro eigentlich und jetzt 64 wäre es natürlich negativ. Das heißt, die erste Zahl, die du siehst, auch wenn du keine Ahnung vom Preis hast, setzt einen Anker fest. Und das Verblüffende ist, also es gibt viele Experimente dazu, das ist wahrscheinlich das Phänomen, was am besten illustriert ist in der ganzen Verhandlungsforschung. Das Verblüffende ist sogar, dass professionelle Immobilieninvestoren, professionelle Makler sich davon täuschen lassen. Also es gibt ein berühmtes Experiment, da hat man Maklern, hat man Informationen zu einem Haus gegeben, hat gesagt, hier das sind Informationen zum Haus und das ist die Preisvorstellung vom Verkäufer. Aber der Verkäufer hat keine Ahnung. Deswegen, weiß ich nicht, altes Ehepaar, die wissen gar nichts. Also schau dir mal an, was ist das Haus wert? Und der anderen Gruppe hat man genau die gleichen Daten gegeben und auch, aber einen anderen Kaufpreis, den sich der Verkäufer vorstellt. Einen viel höheren. Und hat auch wieder gesagt, er hat keine Ahnung vom Kaufpreis, also lasst dich davon jetzt nicht beeinflussen. Und siehe da, die Wertgutachten von den Profis, es waren keine Gutachten, aber die Wertermittlung von den Profis war eine ganz andere. Das heißt, sogar professionelle Immobilienmenschen, die wissen, dass andere keine Ahnung haben, lassen sich von diesem Anker beeinflussen. Und das kann ich natürlich verwenden, das ist natürlich sehr für die Verhandlungen eine Information, die Gold wert ist, die ich unbedingt verwenden sollte. Kann ich das tun? Gehen wir es mal kurz zu. Also bei meinem Kaufpreis, da ist der Anker ja schon passiert, weil ich wahrscheinlich ein Angebot irgendwo sehe, also sehr klar, es gibt auch mal Exposés, Preis auf Anfrage dann, die man zugeschickt bekommt. Sollte ich da dann wirklich schnell ankern oder wie kann ich noch irgendwie ankern, wenn ich es schon online gesehen habe? Genau, da ist ja schon ein Exposé-Preis sozusagen, der da steht. Meine Empfehlung ist, vergiss diesen, also versuch überhaupt, nimm einfach deine übliche Rechnung und es sollte eben Excel-basiert sein, einfach eine Liste, ihr habt da ja schöne Tools, aber dass du dir normal für dich ausrechnest, was es für dich wert ist, und dann in die Verhandlung gehst und gar nicht über Exposé-Preis sprichst, sondern einfach über deinen Preis sprichst und du musst deinen Anker aber auch gut begründen. Also Exposé-Preis 2,4 Millionen, aber du findest, für dich ist das Haus vielleicht 2,1 Millionen wert. Und dann musst du deine Rechnung darlegen, weshalb, warum, eben zum Beispiel auch mit den gestiegenen Zinsen, was auch immer, Mietendeckel, oder wie auch immer du es berechnest und das musst du zeigen und sofort denen hinlegen. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig, dass du das machst, weil sonst geht es ja nur um Exposé-Preis, vielleicht 50.000 weniger, 20.000 weniger, aber gleich mit einer anderen Zahl reinkommen und die auf den Tisch legen. Und zum Beispiel auch, also es gibt ja etliche Berechnungsgrundlagen, die wir in meinem Seminar lernen, aber ich will ein paar vorgreifen oder ein paar sagen, zum Beispiel nimmst du einfach drei Beispielangebote aus ImmoScout. Also müssen mindestens drei sein, sonst ist es nicht glaubwürdig. Und siehst du, schau mal hier, ist der Quadratmeterpreis, also nimm eine Berechnungsgrundlage, die für dich gut ist. Zum Beispiel, sagen wir mal, die Rendite ist sehr hoch bei dem Haus, weil der das irgendwie möbliert vermietet hat, dann stützt dich in deiner Berechnung nicht darauf, sondern stützt dich auf den Quadratmeterpreis und sag, schau mal hier, Quadratmeterpreis 4.800 ist wirklich sehr viel. Ich habe jetzt mal andere angeschaut. Hier 3.800, hier 3.900 und das Höchste, was wir gefunden haben, 4.000. Also insofern müssen sie uns da noch etwas entgegenkommen. Das heißt, derjenige, der gut ankert, ist der oder die natürlich, die ist begründet mit etwas, was natürlich so plausibel wie möglich ist. Aber nimm dir die eine Berechnungsgrundlage, ob es jetzt Quadratmeterpreis ist, ob es Rendite ist, die für dich am vorteilhaftesten ist, um deinen Preis durchzusetzen. Und wenn du verkaufst, natürlich genau umgekehrt. Dann nimmst du die Berechnungsgrundlage, die für dich am vorteilhaftesten ist und belegst es sozusagen damit. Kann ich bei der Bank ankern? Kann ich einfach sagen, hätte gerne Finanzierung, aber nicht mehr als 2% Zinsen, bevor sie rechnen, schon mal geankert? Ja, mit den Zinsen wird es ja gerade, oder es ist schwierig, weil die Bankmarge, da empfehle ich eben tatsächlich mehrere Pferde im Rennen zu haben, dass man die, also man sagt, ja, dann gehe ich halt da hin, da ist es halt immer besser. Aber natürlich kannst du bei der Bank auch ankern, nämlich du kannst einmal, also du kannst Exposé hinschicken, dann kriegst du halt immer Exposépreis und alles, was du dann verhandelst, ist ja sozusagen dann ein Gewinn für die Bank. Die sagen, ah, günstiger bekommen, das ist schon mal gut. Du kannst eben auch, was auch einige Investoren machen, die lassen ein Wertgutachten erstellen für das Objekt, ein Wertgutachten. Das ist nicht so teuer, das kriegst du vielleicht für 1.000 Euro und dann hast du direkt eine sozusagen, sagst, schau mal, dieses Haus würde ich bekommen, also es ist wert, 2,8 Millionen hier, schau mal, ein Wertgutachten von einem vereidigten Gutachter und ich würde es aber günstiger bekommen. Jetzt habe ich wirklich sehr schön geankert, jetzt hat der was in der Hand, der Berater, mit dem er auch zur Marktfolge gehen kann und wenn das ein vereidigter Gutachter ist und du hast ein Wertgutachten, du hast eine Zahl in der Hand, das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Also um einen Beleidigungsauslauf zu optimieren in dem Fall. Genau. Und das, oder dass du eben auch von Anfang an eine höhere Kreditsumme ankerst, weil du sagst eben Renovierung oder was weiß ich, die Fassade muss gedämmt werden, Kreditvolumen 2,6 Millionen, dass du gleich ein bisschen mehr bekommst. Und das ist natürlich auch hilfreich, wenn du dann vereinbarst, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren gemacht werden muss, weil dann hast du natürlich den Vorteil, dass du erstmal weniger Eigenkapitaleinsatz hast und aber einen höheren Batzen einfach finanziert bekommst und dann im Laufe von zwei, drei Jahren das halt machen kannst. Manche Banken sind da gar nicht so streng, da kannst du auch in fünf Jahren machen. Hauptsache du kriegst erstmal mehr Geld. Ja, aber die Renovierung sozusagen wird halt gleich mitfinanziert. Handwerker noch schnell? Da anker ich, denen lass ich kommen, da sag ich also 15.000 habe ich mir vorgestellt für die Renovierung. Also bei Handwerkern ist halt echt der Qualitätsunterschied auch entscheidend. Also wir haben gemerkt, auch wir selbst, wenn wir nur den Billigsten nehmen, das kann echt nach hinten losgehen, dann machst du es zwei oder dreimal, das ist wirklich, oder du musst Baustopp und dann alles wieder, das kann echt übel werden. Ich empfehle hier tatsächlich sich ein Netzwerk aufzubauen, aus, aber egal wie gut die Leute ihre Arbeit machen, trotzdem solltest du niemals nur auf einsetzen und sagen, hier mach das, mach das, mach das, sondern immer wieder sollen sie ein Angebot machen und gegeneinander antreten. Weil sonst werden die unverschämt, ja, sonst werden sie zu selbstsicher und schlampen auch teilweise bei der Arbeit. Also es ist immer wichtig, dass du immer Alternativen hast und das ist das A und O beim, also da ist das Ankern gar nicht so wichtig beim Handwerker. Da solltest du vielleicht sagen, was du zahlst pro Quadratmeter streichen, als dass er dann sagt, was weiß ich, acht Euro oder so, sagst du halt gleich, ja, wir zahlen sechs Euro 90 oder sieben Euro 50 oder sowas dafür. Also das empfehle ich unbedingt, dass du, dass hier wirklich das A und O ist, dass du die immer gegeneinander antreten lässt. Egal, also ich habe ein Unternehmen beraten, die sind darauf spezialisiert, eben Wohnungen zu flippen, fix and flip und die haben trotzdem, die machen es immer gleich. Jede Wohnung, eben glatte Wände, die haben dann so eine Lichtleiste, wirklich sehr schön. In Grünwald sitzen die, gar nicht weit von hier und die haben auch immer mehrere Handwerker, also Netzwerk von mehreren, die immer wieder bei jeder neuen Wohnung ein Angebot abgeben, weil die sagen, sonst wird es unverschämt und die werden, und die haben keine Verhandlungsmacht mehr. Ja, eine Frage, die auch öfter kam auf Instagram war, kann der Jack für mich verhandeln? Das kannst du, das macht ihr, ne, ihr begleitet große Immobilientransaktionen, da kann man sich wenden, du hast mir vorher gesagt, an officeatnescher.com. Genau, also ja, wir haben große Transaktionen, auch manchmal ist es ganz verblüffend, aber jetzt auch dran gewöhnt, kommen manche für echt kleine Transaktionen oder zum Beispiel Gehaltsverhandlungen, da sagt jemand, ich habe eine Gehaltsverhandlung und es geht, das ist für mich die wichtigste Verhandlung meines Lebens, können sie uns zwei Stunden mal beraten. Und das ist natürlich ein super Return on Investment, ich meine, das kostet halt ein paar tausend Euro, aber stell dir vor, du verdienst dann 10.000 Euro mehr im Jahr und dann rechne das mal hoch auf die nächsten Jahre, das ist natürlich ein bester Return on Investment oder du hast einen Immobilien-Deal, eine Immobilien-Transaktion, wir beraten, also wir haben ein Team, ich mache es selbst oder andere, kommt darauf an, was es ist, Expertise und wir geben eben auch Verhandlungsseminare, das ist eigentlich das Wichtigste in unseren offenen Seminaren, wir geben viele Seminare in München regelmäßig, haben wir sehr, sehr viele aus der Immobilienwelt, weil du die Erkenntnis eben eins zu eins anwenden kannst, auch unsere Übungen sind, wir haben viele Verhandlungssimulationen, sehr viel aus der Immobilienwelt, aber muss gar nicht, denn gutes Verhandeln, weil es jemand, der gut verhandeln kann, kann über alles gut verhandeln, jemand, der schlecht verhandelt, verhandelt über alles schlecht, also eigentlich jeder Tag, an dem du nicht optimal verhandelst, ist ein Verlorener, weil du könntest so, so viel mehr bekommen, es ist einfach schade, was dir alles durch die Lappen geht. Das hast du sicher gemerkt, war nur ein Ausschnitt aus dem Interview mit Jack Nasher, das ganze Interview gibt es auf dem Immocation Podcast und den Jack Nasher Live gibt es auf dem Immocation Festival, immocation.de slash Festival, da gibt es die Tickets, viel Spaß. und das ist die Tickets.